Herzlich Willkommen zu Akfeo Next, die Podcast-Reihe von und mit Akfeo. Akfeo, einfach, perfekt, kommunizieren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Akfeo Next. Mein Name ist Timo Blaschke und ich bin Host dieses Podcasts. Links neben mir sitzt Gerhard Mechtenweiter, Vertriebsleitung Akfeo. Hallo. Hallo. Und der liebe Frank Friedrich, bekannt aus der Hotline. Hallo. 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 Schön, dass ihr ein bisschen Zeit für mich genommen habt, für die Folge, denn die Folge heißt Vollsortimenter. Ich hatte bis kurzem erst gedacht, sie heißt Vollsortiment leer, aber wir haben jetzt hier gelernt, das heißt Vollsortimenter. Deswegen direkt die Frage an euch beide, vielleicht Gerhard erst an dich, was verstehst du unter einem Vollsortimenter? Vollsortimenter ist natürlich ein breites, tiefes Sortiment im normalen Leben. Bei Akfeo leben wir da aber nochmal ganz andere Grundsätze, weil Vollsortiment ist zum Beispiel auch die Dienstleistung, was wir mit dazugeben, was schon sehr außergewöhnlich für den Markt ist. Ich fange einfach mal an mit dem Vertrieb. Der Vertrieb ist bei uns mit acht Leuten im Außendienst aufgestellt, der wirklich die Fachhändler auch besucht. Ja, nicht nur besucht im Sinne von, wir wollen verkaufen, sondern Hilfestellung anbietet etc. Dazu gehört auch ein technischer Außendienst und da haben wir noch viel, viel mehr. Und ja, ich möchte nicht vorgreifen, weil da ist auch Frank da, der hier einen ganz wichtigen Bereich leistet. Frank? Ja, also wir sind da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Also neben dem Vertrieb und dem technischen Vertrieb haben wir als nächstes natürlich die Hotline, telefonische Hotline, E-Mail-Hotline, was ich persönlich auch gut finde, wo ich auch stolz drauf bin. Wir haben ja eine eigene Reparatur. Aufgrund der Tatsache, dass wir selber fertigen, können wir natürlich auch hochgradig gut selber reparieren. Das macht uns natürlich auch in diesem Umfeld extrem nachhaltig und das macht in diesem Gesamtkontext dann natürlich auch absolut Spaß. Und derjenige, der sich mit unseren Produkten beschäftigt, dem bieten wir natürlich auch Schulungen an. Und zwar Schulungen über das komplette Produktportfolio inklusive Smart Home und Netzwerktechnik. Ja. Auch das ist heute natürlich ganz, ganz wichtig. Und wo wir am Ende natürlich, ich sag mal, auch besonders drauf stolz sind, wir entwickeln hier auch selber. Das heißt, wir sind hier made in Bielefeld mit im Prinzip ortsansässigen Entwicklern, die unsere komplette Produktpalette im Prinzip entwickeln. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Wir haben hier auch den eigenen Servicebereich bei uns, der auch unsere Produkte hier in Bielefeld dann wieder selbst repariert und das zwar nachhaltig und das in der heutigen Zeit ist sehr, sehr wichtig. Ja, gerade in der Zeit der Mentalität ist, wir werfen alles mal weg und kaufen was schnell Neues. Aber das habe ich ja auch gelernt. Die aktuelle Produkte sind ja für die Ewigkeit gemacht, wenn man so möchte. Deswegen ist das umso schöner, dass das alles hier vor Ort stattfindet. Frank, du hattest eben gerade das Wort Entwicklung gesagt. Was wird denn entwickelt? Ja gut, Gerald, vielleicht musst du nochmal dazu. Da sind wir eigentlich beim wirklichen Vollsortimentler, wo wir einfach sagen, hier ist die On-Premise-Anlage, die klassische, die wir hier selber entwickeln. Bis hin zur Cloud-Thematik, die wir jetzt vor kurzem eingeführt haben. Da sind wir ganz breit aufgestellt. Alles, was der Fachhändler bei uns benötigt, kann er bei uns auch wirklich ziehen. Also ich bin da, also an der Stelle muss ich auch sagen, wenn du heute rausgehst und dich mit Telekommunikation auseinandersetzt, dann hat jeder, der draußen ist, eine bestimmte Vorstellung davon, wie er sich Telekommunikation vorstellt. Da gibt es die klassisch Aufgestellten, die haben eine Telefonanlage unterm Tisch oder im Keller an der Wand hängen. Das ist meine Telefonanlage. Das nennen wir heute On-Premise, also bei mir zu Hause. Darüber hinaus gibt es schon virtualisierte Telefonanlagen. Das ist bei uns das Produkt Hyper Voice. Das ist also eine Anlage, die nicht mehr in einem Wandgehäuse läuft, sondern auf einem Rechner läuft und von dort ihren Dienst tut. Und die Spitze obendrauf, das ist jetzt neu unsere Cloud-Lösung, die Hyperfonie. Aber ich will an dieser Stelle keinem unserer Produkte die Vorzüge geben, sondern du hast das, was in dein Umfeld passt. Und das ist nämlich genau die entscheidende Lösung. Wir sind an dieser Stelle tatsächlich genau so aufgestellt, dass du die Lösung, die du brauchst, auch bekommen kannst. Von die Anlage unterm Schreibtisch bis zur Cloud-Lösung, im Prinzip von zwei bis 250 Benutzern, alles ist möglich. Ja, gerade der letzte Part ist natürlich jetzt sehr Hyperfonie, auf die Hyperfonie gesprochen. Genau. Da würde ich nochmal ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch den Zusehernden, die wir bei YouTube natürlich auch haben, die Folge von letzter Woche empfehlen, beziehungsweise von letztem Mal empfehlen. Da ging es nämlich um das Thema Hyperfonie. Nur schon mal vorab, dass ihr das mal gehört habt. Genau. Okay, jetzt ist es natürlich so, neben dem eigentlichen Kommunikationssystem, also da sind wir, ich sage es mal, schon breit aufgestellt, musst du natürlich, als wenn wir jetzt sagen, wir sind Vollsortimenter, musst du das natürlich noch ein Stückchen weiter denken. Absolut. Wir haben Endgeräte. Wir bieten Endgeräte mit Analog-Schnittstelle an. Wir bieten Endgeräte mit S0-UP0-Schnittstelle an. Und wir bieten heute natürlich auch Endgeräte mit IP-Schnittstelle an. Und damit hast du im Prinzip, wenn du zu deinem Kunden rausgehst und du möchtest ihm eine Lösung anbieten, brauchst du nur unseren Katalog dabei haben und du hast im Prinzip alles, was du anbieten musst, in Anführungszeichen. Von einem einfachen Endgerät bis zum Hightech, im Prinzip Digital-Endgerät mit allem Schnick und Schnack dran. Im Prinzip kannst du es aus unserem Portfolio anbieten. Darüber hinaus haben wir dann auch eine schnurlose Lösung. Bei der schnurlosen Lösung, die ist immer IP-basiert, ist aber kompatibel mit allen unseren Lösungen, sowohl On-Premise, Hyper-Voice, also virtuell und Hyper-Phonie und du hast eine unheimlich breite Palette von Einstiegsmodell über Business-Schick-Modell, Robust-Modell, hygienisch einwandfreies Modell. Also du hast die ganze Produktpalette im Prinzip, was du an schnurloser Lösung mit anbieten kannst. Und dann ist das es wieder, du hast einen Blumenstrauß, du musst nicht drei Kataloge von drei Herstellern rausholen, sondern du hast unseren Katalog dabei und hast die komplette Palette an Möglichkeiten mit dabei. Gerald, im Vertrieb sieht man das wahrscheinlich ähnlich. Ja, das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Dann haben wir noch den Systemgedanken 4.0 dabei, dass wir eben über die ganze breite Palette miteinander kommunizieren und viele Vorteile eben haben, wo man einfach sagt, das ist so breit, umfangreich bis hin zur Smart-Home-Technologie, wo man eben unterschiedliche Themen verbindet, bedienen kann bis hin zur Türklingel. Aber auch das Highlight für mich immer ist das Dashboard, dass ich auf meinem Computer alles sehen kann und bedienen kann. Und das ist einfach ein Knaller bis hin zur App natürlich. Darf man nicht vergessen, heute jeder auf seinem Smartphone, dass man da alles bedienen kann. Das ist schon umfangreich und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil von Acfeo eben hier, alles aus einer Hand zu bekommen, wo jedes Gerät untereinander abgestimmt und miteinander spricht, sage ich immer. Also da ist das Dashboard auch tatsächlich wieder so ein Produkt, was für sich praktisch alleine Vollsortimenta ist. Du hast im Prinzip die Steuermöglichkeit deiner Endgeräte. Du hast im Prinzip die Möglichkeit, darüber zu telefonieren. Es ist ja auch ein Softphone-Client und dann hast du einen ganzen Blumenstrauß von Möglichkeiten, wie du Datenbanken anbinden kannst, andere Lösungen mit anbieten kannst. Das heißt, mit dem Dashboard kannst du per ODPC, per LDAP Outlook anbinden, Google anbinden. Du kannst alles Mögliche anbinden. Es gibt eine eigene Programmierschnittstelle, den sogenannten Acfeo-Click. Auch das kannst du alles aus deiner Anwendung heraus machen, ohne dass du ein zusätzliches Software-Paket brauchst im Prinzip, um überhaupt eine Verbindung zu schaffen. Auch das ist wieder ein Stück weit Vollsortiment. Also das ist alles im Prinzip in einem Sack mit drin. Und wenn wir bei Vollsortiment sind und wir haben ein Telefon als Beispiel oder du hast das Dashboard, dann hast du auch ein Headset auf. So, und von wem kriegst du das Headset? Natürlich von uns. Ganz korrekt. Und das ist noch eine breite Palette von. Ja, das kommt noch dazu. Also auch da haben wir kabelgebundene Headsets für die Einstiegsklasse im Callcenter überdeckt, über USB, über... Auch die Bluetooth-Variante. Die Bluetooth-Variante, genau. Also wir sind auch da tatsächlich, ich sag mal, wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und das kommt alles hier aus Made in Bielefeld. Das ist ja immer wieder, das steht über allem. Und wenn man das hört, denkt man, hier müsste ein Riesenbau sein. Ich meine, das ist relativ groß, aber im Verhältnis dann doch wieder relativ klein. Muss man mal so sagen, wenn man das hört. Denkt man ja, das ist ja eine ganz große Sache. Das heißt also, vielleicht könnt ihr die Vorteile eines Vollsortimenter noch einmal kurz... Wobei, das waren eigentlich ja sehr, sehr viele Vorteile jetzt schon. Vielleicht könnt ihr noch mal ein, zwei... Vielleicht, Gerald, vielleicht kannst du anfangen. Noch ein, zwei Vorteile diesbezüglich. Ich werde auch aus Vertriebssicht ein bisschen erläutern. Ich sag mal, aus Vertriebssicht, ich gehe noch mal aufs Produkt ein. Es ist für mich natürlich als Herzblutvertriebler und so, ich sag mal, in den letzten drei Jahren, auch durch die Corona-Zeit etc., ist ja das Thema Homeoffice extrem rausgekommen. Und wenn ich sage, wie arbeite ich selber mit unseren Produkten, ist für mich immer der Laptop mit einem Dashboard das Allerwichtigste. Ich habe ein Headset mit dabei und mehr brauche ich eigentlich nicht mehr. Das ist alles dabei, ne? Das ist alles dabei. Ich kann überall arbeiten, ob im Büro, im Auto. Oder in Schottland, lieber Frank. Hatten wir ja erst, ne? Hatten wir ja erst, ganz genau. Das wird doch nicht mehr so einfach sein, das wegzubekommen. Ja. Ja, gut. Ja, schön, das ist richtig, ja. Es ist einfach. Es ist einfach. Das ist ja das. Immer wieder, es ist simpel und einfach. Am Schluss für unseren Kunden, er braucht Aquio oder er hat alles aus einer Hand. Ja, also auch den Kommunikationsweg aus einer Hand. Alles aus einer Hand. Also wenn er eine Frage hat, ruft er an und sagt, ich habe hier sowohl Software, wenn es mal was gibt, die seltenen Fälle, dann hat er mal ein Software-Thema. Das kann er dann mit Frank besprechen. Gleichzeitig kann er aber auch wegen der Telefonie anfragen, ob Hardware oder Headset oder, oder, oder. Also das wirklich Entscheidende dabei ist im Prinzip, bei uns steht ja nicht auf den Geräten immer nur Aquio drauf, sondern die spielen halt auch miteinander. Wenn du andere Hersteller nimmst und du nimmst ein Telefon von X und das Headset von Y und dann die Telefonanlage ist Z und dann muss das alles auch noch miteinander spielen, das Problem haben unsere Kunden einfach nicht. Da, wo Aquio draufsteht, ist Aquio drin und es spielt halt auch miteinander. Das ist wirklich das Entscheidende. Manchmal reicht ein Update von irgendeinem Betriebssystem und es bringt alles durcheinander. Das ist ja gerade der Kürzlich, der vor nicht wenigen Tagen erst passiert. Also von daher, gut, das ist aber nochmal ein anderes Thema davon ab. Ja, kann ich verstehen. Ist auch eine gute Sache. Aber trotzdem ein wichtiges Thema, weil hierin höre ich immer wieder auch von Kunden, mein Telefon ist schon 20 Jahre alt. Ja, schließ es an. Es funktioniert. Das habe ich oft bei anderen Herstellern nicht. Die machen beim Telefon ein neues Software-Update rein und schon ist es vorbei. Auch wenn ich den Invest getätigt habe und das haben wir bei uns eben weg. Ja, aber jetzt haben wir so viele Vorteile gehört, so viel Tolles, als würden wir hier eine reine Werbung machen. Jetzt ist die Frage, es könnte doch auch Nachteile geben. Ich meine, irgendwas muss es doch geben, dass man sagt, naja, also wir sind zwar schön gut aufgestellt, wir haben ein riesen Ökosystem, aber es gibt schon ein paar Sachen. Natürlich gibt es auch kleine Nachteile in Anführungsstrichen. Ich sage mal, Acfeo gehört schon auch zu den Herstellern, die einfach hochpreisige Produkte zur Verfügung stellt, die aber auch immer verfügbar sind. Und ich nehme die Corona-Zeit wieder gern als Beispiel her. Wir sind überall gelobt worden, weil wir verfügbar waren. Das heißt aber auch, wir müssen alles vorrätig haben. Nicht nur die Bauteile, die wir auf Lager haben hier, um alles selbst zu bauen und zu entwickeln, sondern eben auch alle Geräte, alle Headsets, wie auch immer. Aber was natürlich am Schluss auch ein Kostenpunkt ist für uns, was natürlich für uns wieder ein gewisser Nachteil ist. Eine gute Lagerkosten. Genau. Unter anderem, ja. Und was du auf der einen Seite natürlich bei der Lagersituation hast, hast du natürlich auf der technischen Seite genauso. Die Interoperabilität, dass es auch wirklich miteinander spielt, das müssen wir natürlich auch mit jedem Update, was wir bringen, natürlich auch immer wieder sicherstellen. Das heißt, da wir einen großen Blumenstrauß haben, ist in unseren Produkttests auch immer ein ganzer großer Blumenstrauß, der getestet werden muss. Natürlich ist das auch ein Nachteil, aber diese Arbeit machen wir gerne, weil wir nämlich genau dann das gute Gefühl haben, dass das auch funktioniert. Ja. Das ist quasi schon fast kein richtiger Nachteil mehr. Offen. Weil so bleibt ja das regelmäßig immer up to date und ungeachtet, also nicht nur, dass es up to date wird, sondern es bleibt ja auch von euch up to date, weil selbst wenn das Produkt vielleicht mal ein paar Jahre alt ist, habt ihr es ja regelmäßig auf einer Hand und prüft es und checkt, ah, okay, das funktioniert noch. Die Software funktioniert, die Kommunikation zwischen den Geräten funktioniert. Also so gesehen kann eigentlich kein altes Gerät da mal aufbauen. Ich meine, auch da müssen wir natürlich fairerweise sagen, wenn wir bei unseren Produkttests dann feststellen, dass mal ein Gerät, ich sage mal, hinten rausfällt, dann kommunizieren wir das natürlich auch offen und sagen, hier, das kannst du nur bis dahin mitgehen, danach geht das nicht. Ja, aber das ist ja üblich. Ich wollte gerade sagen, aber auch da, das schweigen wir dann nicht aus, sondern das ist dann einfach so und wir sagen, hier, bis zu diesem Firmenverstand kannst du dieses Telefon betreiben und dann ist Schluss. Ja. Und da hat auch wieder alle Klarheit, alle wissen im Prinzip, wo es lang geht. Ich glaube, das ist schon eine unserer Stärken, dass wir da auch nicht in den Busch halten oder so. Ja, gut, das ist ja auch wichtig, Kommunikation, auch Transparenz an den Kunden. Deswegen machen wir diese Folge ja unter anderem auch, damit man sich auch mal darunter, was uns da vorstellen kann, was in Vollsortimenta einfach alles anbieten kann, was es für Axio bedeutet und was es dementsprechend auch für den Kunden bedeutet. Genau so. Ganz genau. Das ist richtig. Ja. Leute, habt ihr noch abschließende Worte für mich? Wir sind eigentlich am Ende der Folge angekommen. Ich denke, dass es ein ganz guter Überblick war. Gerald, was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern, zusehenden Personen noch mitgeben? Ich gebe unseren Fachhändlern und allen zukünftigen Fachhändlern an den Weg. Bleibt uns treu an der Hand. Wir sind stetig bei euch und entwickeln weiter und haben alles vorrätig. Nichts anderes erwartet? Also von meiner Stelle würde ich sagen, also ich freue mich im Prinzip, dass wir Vollsortimenta sind, weil wir im Prinzip tatsächlich eine große, breite Masse entsprechend updaten. Das macht mir an meiner technischen Hotline so ein bisschen natürlich das Leben schwieriger, weil ich manches Mal gerne Nein sagen würde, wenn es, ich sage mal, technisch ein bisschen aufwendiger wird. Aber wir stellen uns an dieser Stelle immer dieser Herausforderung zu sagen, wir stimmen unsere Produktpalette aufeinander ab, weil am Ende der Fachhandel oder auch natürlich der Kunde am Ende froh ist, dass er alles aus einer Hand hat und das spielt dann tatsächlich auch miteinander. Und an dieser Stelle, und man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, das ist alles made in Bielefeld. Leute, was soll ich da noch an Schlussworten bringen? Geht ja gar nicht. Lass dir was Gutes einfallen. Frank hat es schon gesagt. Also alles perfekt, alles gut so. Einfach perfekt kommunizieren. Was wollen wir mehr? Hervorragend. So, in dem Moment würde ich dann diese Folge gerne schließen. Gerhard, vielen Dank, dass du Teil dieser Folge warst. Sehr, sehr gerne. Lieber Frank, vielen Dank. Sehr gerne. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zusehenden, ich bedanke mich für euren Support und bis zum nächsten Mal. Das war Agfio Next für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.